Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video wollen wir uns mal wieder etwas zum Streamlabs Chatbot anschauen und zwar, wie man da ein paar kleine Minigames hinzufügen kann. Ihr sucht nach professionellen Designs für euren Stream auf Twitch, YouTube, Facebook oder Mixer? Dann seid ihr bei OWN TV richtig. Hier bekommt ihr absolut hochwertige Designs in allen Formen und Farben, um euren Stream auf das nächste Level zu heben. Einklickinstallationen sowie die Kompatibilität mit vielen verfügbaren Streamingdiensten wie Streamlabs, OBS Studio sowie Stream Elements runden das Paket ab. Der Support antwortet euch komplett auf Deutsch, sodass ihr euch bei Problemen auch keine Sorgen machen müsst. Zu OWN TV gelangt ihr durch den Link in der Videobeschreibung. Wenn wir uns den Streamlabs Chatbot anschauen, dann gibt es auf der linken Seite den Reiter Minigames. Und wenn ihr dort reinschaut, dann gibt es Haste, also einen ganz normalen Banküberfall. Es gibt ein Duell, es gibt ein Free-for-All und es gibt ein Boss-Battle. Was es aber nicht gibt, ist zum Beispiel 8-Ball, was gerne genommen wird oder Flip, wo man eine Münze wirft. Und um dieses Spiel hinzuzufügen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Denn der Streamlabs Chatbot bietet euch ja die Möglichkeit, eigene Commands zu erstellen. Wenn wir also auf der linken Seite mal auf Commands wechseln, dann können wir eigene Befehle anlegen. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, oben rechts in der Infobox. Wenn wir nun zum Beispiel ein Spiel einbauen wollen wie 8-Ball, dann können wir das mit den eigenen Commands machen. Dafür wechselt ihr einfach oben rechts auf das Plus und wir legen einen 8-Ball-Command an. Dafür nehmen wir den Command-Auswurzeichen 8-Ball. Das Ganze kostet nichts. Es wird im Stream-Chat benutzt und ist aktiviert. Als Gruppe setzen wir hier mal Minigames, dann können wir das Ganze schön gruppieren. Und jeder darf diesen Befehl benutzen. Wir sollten aber einen Cooldown nehmen. Und zwar einen globalen Cooldown. Den brauchen wir nicht, aber einen User-Cooldown. Denn wir wollen ja nicht, dass ein Benutzer diesen Command spammt und die ganze Zeit den ganzen Chat damit vollschreibt. Also sagen wir, alles klar, jeder Benutzer darf das nur alle zwei Minuten machen. Aber global ist der Command nicht gesperrt. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil. Denn im Response könnten wir jetzt eigentlich ja nur eine Antwort schreiben. Und dann macht dieses 8-Ball-Minigame ja gar keinen Sinn. Damit das aber Sinn macht, können wir Variablen nutzen. Und diese Variablen, die sind auf der Streamlabs-Chatbot-Website sehr gut beschrieben. Und die schauen wir uns einmal an. Wenn wir auf die Streamlabs-Chatbot-Website gehen, dann findet ihr hier die Dokumentation. Ich habe euch den Link zu der Website auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr diese Dokumentation öffnet, dann findet ihr dort ganz viele Informationen, die uns nun weiterhelfen. Wenn wir also mal ein wenig runterscrollen, dann können wir hier auf Parameters klicken. Das sind Parameter oder halt auch Variablen, die ihr in euren Comments benutzen könnt. Unter anderem könnten wir zum Beispiel Username nehmen, um dem Benutzer direkt zu antworten. Und was auch noch ganz interessant ist, wenn ihr hier ein wenig weiter runterscrollt, dann gibt es die Möglichkeit, auf Dateien zuzugreifen. Hier ist das Ganze unter File Reading Parameters. Und dort gibt es die Möglichkeit, Read, Run, Line zu nehmen. Das heißt, wir können eine Textdatei verknüpfen. In dieser Textdatei können wir wieder Befehle ausführen, also Parameter nutzen. Somit haben wir eine recht gute Möglichkeit, mit einer Datei und ein paar Zeilen in dieser Datei ein kleines Minigame zu realisieren. Also wechseln wir nochmal zurück in den Streamlabs Chatbot. Im Streamlabs Chatbot wollen wir jetzt sowas machen wie Dollar Username fragt die Glückskugel... Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, alles klar, wir haben diesen 8-Ball jetzt geschüttelt und jetzt lesen wir eine Zeile aus einer Textdatei aus. Also nehmen wir den Befehl ReadRantLine, Klammer auf, Klammer zu. Und hier müsst ihr nun einen Pfad zu einer Datei einfügen. Dafür wechseln wir jetzt einmal in einen Dateieditor. Ich nutze dafür Notepad++. Das Ganze habe ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kann ich sehr empfehlen. Wirklich sehr, sehr cool das Tool. In Notepad++ erstellen wir einfach eine neue Datei und geben dort nun ein paar Zeilen ein. Und was macht ein 8-Ball? Ein 8-Ball antwortet einfach auf eine Frage mit einer vordefinierten Anzahl von verschiedenen Antworten. Und da wird eine dann ausgewählt. Also sagen wir zum Beispiel, ja, du hast vollkommen recht. Nachts ist es kälter als draußen. Bin mir nicht sicher. Ich verstehe die Frage nicht. So, das reicht schon als Beispiel. Und diese Datei, die speichert ihr nun auf eurem PC. Dabei ist es im Endeffekt egal, wo ihr das Ganze speichert. Ich zum Beispiel packe das gerne auf meinen Desktop. Da mache ich mir dann einen extra Ordner für den Streamlabs Chatbot. Nenne den einfach Chatbot. Und in diesem Chatbot-Ordner erstelle ich nun eine Datei. Und die nenne ich einfach 8-Ball und wähle als Dateityp txt aus. Speichern. Dann wird das Ganze unter 8-Ball.txt gespeichert. Und wir können diese Datei nun in den Streamlabs Chatbot einbinden. Wichtig ist, dass ihr dabei den vollen Pfad zu dieser Datei habt. Ihr seht den Pfad zum Beispiel hier oben im Kopfbereich von Notepad++. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr könnt natürlich auf den Desktop gehen, könnt den Ordner wechseln, zu der Datei navigieren und dort dann den Pfad zu der Datei kopieren. Ich zeige euch das Ganze einmal. Wenn ihr den Explorer öffnet, einfach den Pfad öffnen zu der eben gespeicherten Datei. Dort haben wir 8-Ball. Und damit wir 8-Ball nun öffnen können im Streamlabs Chatbot, klicken wir einfach hier oben in diese Adresszeile. Steuerung und C drücken. Dann ist das Ganze kopiert. 8-Ball.txt merken wir uns noch. Und dann gehen wir einmal zurück in den Chatbot. Im Chatbot angekommen, müssen wir jetzt diesen Pfad nur noch hier einfügen. In die Klammern. Einfach Steuerung und V. Dann nochmal ein Backslash. Und dann 8-Ball.txt. Und dann ist dieser Command oder dieses Minigame an sich schon fertig. Ihr könnt das jederzeit bearbeiten, indem ihr einfach diese 8-Ball.txt-Datei öffnet und weitere Antwortmöglichkeiten einfügt. Und damit könnt ihr das Ganze anpassen und seid da relativ flexibel. Wir wollen das Ganze natürlich auch ausprobieren. Also speichern wir den Command einmal und wechseln dann oben links auf die Konsole. Und in der Konsole geben wir dann einfach mal Ausrufezeichen 8-Ball ein. Und wenn ihr das macht, seht ihr, alles klar. Der Chatbot antwortet mit. Nilsson1489 fragt die Glückskugel ... Nachts ist es kälter als draußen. Das heißt, es wird randommäßig eine Antwort aus dieser .txt-Datei ausgelesen und in den Chat geschrieben. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, dann würde was anderes kommen. Ich kann da auch eine Frage hinterstellen. 8-Ball, wie alt bist du? Und wenn ich das mache, dann antwortet 8-Ball auch, ja, du hast vollkommen recht. Was natürlich nicht passt. Also man sollte da schon ein paar lustige Antworten reinschreiben und dann hat man schon den ersten Comment angelegt. Wenn wir uns die Dokumentation vom Screenmaps-Chatbot nochmal anschauen, dann sehen wir, dass es auch noch ein paar andere nette Sachen gibt. Nämlich $add-Points und $remove-Points. Und das Ganze kann man natürlich in den Response eines Commands einfügen. Das wäre dann aber nicht sehr flexibel. Was ihr aber auch machen könnt, ist, diese Befehle in die .txt-Dateien zu schreiben. Das heißt, ihr könnt innerhalb der .txt-Datei wiederum Parameter benutzen, die dann dazu führen, dass Benutzer Punkte bekommen oder nicht bekommen. Und damit kann man natürlich auch coole Minigames bauen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, indem wir einen Münzwurf bauen. Im Streamlaps-Chatbot wechseln wir dafür wieder auf den Reiter Commands. Und dort erstellen wir nun einen neuen Command. Also oben rechts auf das Plus. Und den Command nennen wir dann Ausrufezeichen Flip. Das Ganze machen wir ohne Kosten. Wieder im Stream-Chat, also dass das alle mitlesen können. Enabled auf True. Als Gruppe wählen wir hier Minigames, um das auch mit den anderen Minigames zu gruppieren. Permission darf jeder benutzen. Cooldown lassen wir wieder global auf 0. Und als User-Cooldown wähle ich jetzt diesmal eine 5. Aber das ist euch selbst überlassen. Ich möchte, dass das nur alle 5 Minuten pro User gemacht werden kann. Und nun kommen wir zum Response. Und dort können wir wieder folgendes machen. Wir können erstmal sagen, alles klar. Username wirft eine Münze. Und Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann benutzen wir wieder unser ReadRantLine. Also ReadRant, also Rant für Random, Line, Klammer auf, Klammer zu. Und nun erstellen wir uns eine Datei mit ein paar Parametern, die wir dort nutzen. Ich habe das Ganze schon mal für euch vorbereitet. Wir nutzen hier zwei Zeilen in dieser TXT-Datei. Eine Zeile für Kopf und eine Zeile für Zahl. Mehr Seiten hat eine Münze ja auch nicht. Wenn man Kopf wirft, dann bekommt derjenige zwischen 25 und 100 Punkten gutgeschrieben. Wirft er Zahl, also wird die Zahl angezeigt, dann wird dem Benutzer zwischen 25 und 100 Punkten abgezogen. Wie funktioniert das Ganze nun? Wir benutzen hier die Parameter AddPoints und RemovePoints. Diese sind dafür da, um Benutzern Punkte hinzuzufügen oder aber abzuziehen. Der ganze Parameter wird hier in Klammern mit weiteren Konfigurationsvariablen eingestellt. Angefangen wird in den ersten Tüdelchen, also doppelten geschweiften Klammern, mit der $UserID. Diese gibt die UserID desjenigen an, der den Command ausgeführt hat. Als nächstes kommt der zweite Parameter, das ist die Mindestpunktanzahl und der dritte Parameter, die maximale Punktanzahl, die ausgeschüttet wird. Dann kommt als vierter Parameter der Satz, der in den Chat geschrieben wird, wenn das Ganze geklappt hat mit dem Gutschreiben der Punkte, nämlich die Münze zeigt Kopf, dann Value wird mit der Anzahl von 25 bis 100 ausgetauscht und CurrencyName wurden gutgeschrieben. Also zum Beispiel in meinem Fall dann, keine Ahnung, 50 Bananas wurden gutgeschrieben. Der letzte Parameter ist, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und keine Punkte gutgeschrieben werden konnten, dann wird den Chat geschrieben, nichts wurde gutgeschrieben. RemovePoints funktioniert an sich genauso wie AdPoints, also man gibt wieder die UserID an, wie viele Mindestpunkte abgezogen werden, wie viele Maximalpunkte abgezogen werden, was ihr natürlich anpassen könnt, so wie ihr das haben wollt. Dann eine Nachricht, die in den Chat geschrieben wird, wenn dem Benutzer Punkte abgezogen wurden und dahinter dann zum Beispiel hat nicht genug Punkte zum Münze werfen, wenn der Benutzer nicht genug Punkte hat, um die Münze zu werfen, beziehungsweise ihm die Punkte nicht abgezogen werden können, weil er halt gar nicht genug Punkte hat. Und mehr brauchen wir nicht für unseren Flip-Command. Wenn wir das Ganze nun speichern, wieder in unseren Chatbot-Ordner, zum Beispiel als flip.txt speichern, dann können wir das Ganze nun auch wieder einfügen. Also kopieren wir wieder den Pfad zu der flip.txt und fügen diesen dann beim Streamlabs-Chatbot in den Command ein. Einfach den Pfad dann wieder hier zwischen die beiden Klammern schreiben, dann backslash flip.txt Und wenn wir das Ganze nun speichern, dann haben wir auch einen flip-Command. Den wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, also wechseln wir in die Konsole. Und in der Konsole schreiben wir jetzt einmal Ausrufezeichen flip. Und dann sehen wir, Nilsson wirft eine Münze und die Münze zeigt Kopf. 77 Punkte wurden gut geschrieben. Juhu! Dann werfen wir nochmal eine Münze. Nilsson wirft eine Münze und die Münze zeigt Zahl. 42 Punkte wurden abgezogen. Oh Mist! Also ihr seht, das Ganze funktioniert und die Benutzer können nun ihre Münze werfen. Ihr könnt das natürlich statt flip auch irgendwie Ausrufezeichen Coin nennen oder Ausrufezeichen Münze, je nachdem wie ihr wollt. Aber der Vorgang ist immer der gleiche. Ihr schreibt dann einen Response und im Response benutzt den Parameter read, run, line und erstellt eine TXT-Datei, in der pro Zeile dann ein Command drin ist, der wiederum ausgeführt wird. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! See the word, see the word See the word, walk and run See the word